Das ist eine Scheiße. Das soll mal schön hier runterkommen. Dann komme ich zu dir. Jetzt brennt es bestimmt gleich bei dir. Ich merke das. Ja, ne. Fuh. Res, 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 res. Ja, ja. Ey, das ist doch wie hoch ist die Chance, dass das passiert. Eine Millisekunde. Ey, das pisst mich jetzt schon. Ich habe schon keinen Bock mehr auf den Gegner. Weil der droppt ja nicht mal was. Warum sollen wir den überhaupt machen? Ich will den Erfolg. Ey, ohne Flachs. Fuck you, ey. Alter. Treff ich den? Ey. Oh. Jetzt rechst du, Aachon. Das ist abgelenkt von mir. Wir müssen immer, wenn... Heiltrank immer zusammen nehmen. Also in der Nähe muss der andere sein. Sonst wird das nicht aktiviert. Sonst kriegt das nur einer. Feuer. Feuer. Ich habe Aachon. Ich nehme mal hier den Brunnen. Baller jetzt Aachon rein. Jetzt zieht der mich zum... Wel... Jetzt zieht der mich ins Feuer, ey. Ja, down. Also wenn du es schaffst, gleich da oben. Ich habe ja selber kein Life. Ja, dann... Versuch erst mal, dass du wieder live kriegst. Und dann... Bevor du mich jetzt rest... Bleib lieber am Leben. Da oben ist live gekommen. Oben links. Ja, du bist ja überall Feuer. Ja, ich sag's nur. Oben live. Und rechts auch. Ja, 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 Brunnen. Pass auf. Ey, ich kann hier nirgendwo langlaufen. Also bei mir ist Feuer kein Feuer mehr. Ja, Feuer. Ja. Jetzt zieht der kein Feuer? Ne. Boah, ist das denn eine Scheiße. Ja, ich doch kack, Boss. Weil der ist so ungerecht einfach nur. Oh mein, ich mach mal eben. Fink Blizzard. Ich mach ähm... Familiar raus. Und Dings rein. Eisrüstung. Ähm. Energierüstung meinst du? Ne, Diamanten-Scheiße. Diamantenhaut. 16.000 blockt das. Nur ist der... Kim, wenn man ihn braucht. Warte mal kurz. Hm. Ich mach nur noch... Ich hab noch... Paar... Paar... Okay, Leute. Jetzt wird's ernst. Aachen ist ready bei dir? Ne, noch nicht. Aber gleich. Warum auf mich jetzt? Warum? Ja, schöner Frau bin. Hätte auch Aachen. So, Leute. Ich glaub, wenn du im Feuer stehst und dann diese Diamanten-Dinger anmachst, dann ist es gut. Schon leben für uns. Hast du gekommen, ne? Ja. Aber lass mal awesome Teamwork, ey. Ich mag das. Der geht nur auf dich irgendwie die Runde. Wow. Also, links ist auch weg. Und jetzt Feier gezogen. Und... Wow, Alter. Hä? Rastet ja vollkommen aus. Boah, jetzt hat mir die Diamanten-Dinger-Dinger-Dinger-Dinger-Dinger-Dinger-Dinger-Dinger-Dinger-Gerettet. Ohne Flasche. Ich hab mir... Gleich Arcon. Ready. Arcon ready. Puh. Will er mich... Ja, genau. Genau. wo willst du denn mitten durch den durchs links aus den rest gekriegt nicht zu langsam mein freund was für zeit ich kann nichts anderes machen ja genau das war ich mit dem feuer überall feuer willst du mich verarscht kann ich erzählen da ist links links hp unten links kannst du hin oben links ist frei oben oben ist frei ja gut super das ist doch bescheuert und kim war es einfacher nur so zu einfachen komm jetzt machen wir ernst und dann ist gut ich habe keinen bock mehr auf die scheiß ich will act 2 richtig machen scheiß kack boss der bringt nicht mal was wahrscheinlich ich muss wahrscheinlich blaues geben auch noch ja mein freund der nette ja schubst nämlich ins feuer ich glaube es nicht ich glaube wir könnten ja ein bisschen zeit schinden so wenn wir jetzt ein bisschen ruhig bleiben und und wenn wir auch und wieder ready haben dass wir nicht so viel naja das ist nicht dein ernst was soll ich sagen feuer 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 ist irgendwie interessant so ich schock dich oben hin mein freund genau bleib mal da ich kann nicht wissen stressen du kannst mich nicht mal essen so den hast aber jetzt bekommen ja ich glaube dass man dem feuer das kommt mit der zeit ich glaube nicht dass das irgendwie weil der hatte gar nicht so viel rp feuer bei dir auf er zielt doch auf dich was hat der kein live oben rechts jetzt live oben rechts selbst wenn es so scheißegal als ob ich irgendwie aushalten würde jetzt berg ich da ich habe auch und wieder ich glaube dein strahl ist nicht so gut für den boss ohne flachs die kugel du kannst zwei kugeln schießen und laufen zwei kugeln schießen laufen das könnte echt sein weil du musst immer stehen bleiben für die scheiße ja ja oben ist alles feuer hast du das eben hier benutzt ja ich bin da oben ja da oben kann ich auch und wieder ready ich bleibe aaron Ah, da geht er down Nein, du willst mich doch verarschen Mach den Tod, egal wie Und du jetzt nicht tot machst Du bist ein flitzig in HP Da, jetzt hättest du schön die Kugel machen können, weißt du was ich meine Schön ein bisschen Kugel, ein bisschen Kugel Mach Blizzard oder so Und dann lauf weg Jetzt hab ich ein Problem Unten, rechts, Mitte, unten Komm, den schaffst du jetzt wohl Scheiß auf mich Scheiß auf mich Ja, 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 Junge Oben Drei blaue Hat das sich gelohnt Ich wollte den Erfolg unbedingt haben Ja, ich weiß, aber trotzdem Kein Mensch wird diesen Boss hier wiedersehen Wenn man das Spiel einmal durch hat Ist der denn für andere Klassen Ist der denn für andere Klassen Aber, Alter Endlich Tricks Boss Das Wichtige ist, wir haben ihn geschafft Ja, Diamantenhaut ist cool Die Baller zeigt Achron rein Auch wenn die schwach sind, die Pisser Scheißegal Reinigungsaktion Reinigungswelt vor allem übel Niemand stirbt Tyrael, mein Homie Ich geb dir Barm, Junge Aber immerhin 160.000 WP Hä? 160.000? 16.000 meinst du? Hä? Ich schotterte dich grad 87 Keine Ahnung, hab ich nicht gesehen Du hast den Dreck weggemacht bei mir So Ich mein, wir hätten eben 87 Beim Boss Aber jetzt nochmal 87 Nee, beim Boss eben waren es 16.000 So Da hab ich mich eben verfugt So Endlich wieder zu unseren kleinen fliegenden Freunden Akt abgeschlossen Gratulation Robin, Gratulation Danke Oh Mann ey Scheiß Kegner eben Der hat mir bestimmt 3 Jahre meines Lebens geraubt jetzt Ach, falsche Taste Fuh Crap Oh Ich hab mir 200 Waffe gefunden 328 Boah, die ist viel wert Ohne Flax Wenn die noch gelb wär Leider ist die nicht gelb Aber Ich guck mal, wie viel Damage ich denn damit mache Also Barm Weniger Ich weiß nicht, ob ich Diamantenhaut drin lassen soll Das hab ich auch gerade überlegt Ja Also entweder Diamantenhaut Vertrauter Oder Blizzard Ich probier das mal ein bisschen mit Diamantenhaut Ich Komm mal in mein Spiel gleich rein Wie Äh Ich bin ein bisschen weiter als du Ist ja scheißegal Die Quest da Aber ich will sowieso ins Aha Deshalb mach ich das eigentlich Funktion Äh, ich hab etwas verkauft Für 2500 So, Verkauf Amulett Ich hab hier meine Ohrenkette reingetan Leute Für 900.000 Und 500.000 Bieten So Wupp Wupp So Dann kannst du joinen Ah, warte Ja, der Wolf will dir jetzt verschollen Ach Wollte der eigentlich heute online kommen Oder was Ja Aber er sagt nicht wann Das ist immer sein dunkles Geheimnis Vielleicht schon einmal 105.000 Gold Äh, dreckiges Noobkacke Wo bist der Ich hab keine Waypoints Will er mich verarschen? Ich hab doch den einen Waypoint aktiviert Ja Da müssen wir Ja toll Da müssen wir sowieso laufen Aber sparen wir uns die erste Scheiße Diese Höhlen durchsuchen Ich weiß nur nicht Ob ich, äh Ob ich dann später die Quests alle hab Wenn ich Naja, klar Weil normalerweise Wenn ich jetzt bei dir mitmach Und danach bei mir bin Dann ist das ja da Wo ich zuletzt, äh Genau Das ist hier Wo du hier mit mir das gemacht hast Das hatte der Kim ja auch Der ist ja bei uns ins Spiel gejoint Und war dann plötzlich Akt 3 Ja, ja Rückwärts Ja, klar Ich mein aber jetzt vorwärts Dann fehlen mir ja 2-3 Quests dazwischen Das mein ich Ob ich dann später trotzdem Dann wieder weitermachen kann Da Naja, klar Klar Die werden automatisch mit übernommen Und wenn nicht Machen wir sie persönlich Komme ich nochmal persönlich vorbei Und dann machen sie zusammen Hey Gelbe Komische Viecher Nochmal schön die Dings hier rein Jawohl Das ist cool Wenn du mal nicht weglaufen kannst Oder so Und die diese grünen Dinger Auf dich drauf schießen Kannst du aber eben schön Die Dings anmachen Die Diamantenrüstung Keine Angst Hier sind auch keine Skelette Leck mich auf Ich lauf jetzt hier durch Runenverzierter Heiltrank Hau mir einfach ab Diese Viecher Jetzt werde ich aber gerade fast Geweib Mehr durch Das ist furchtbar hier drin Es ist vor allem so eng Man weiß nicht Wie sollst du den So Ich bin ja draus Wie sollst du den guten Dingern ausweichen Vor allem die gehen ja auch Die gehen ja auch Die verfolgen Die verpissen sich auch Diese komischen Fliegenviecher No Schön dem Weg folgen Hier ist ein Schrein Was war das denn Kam keine Kugel raus Er hat die Animation gemacht Da kam auch keine Kugel raus Dann gehst du noch Ja das stimmt Mit dem Strahlen Voll geil Laufen die Gegner jetzt Ich habe nur irgendwie das Gefühl Die lassen sich nicht mehr aufhalten Wie meinst du das Blizzard oder so Oder was Ne allgemein so Sonst Werden die mal so ein bisschen Zurückgestoßen Habe ich das Gefühl Von den Von den Strahlen und so Und jetzt Laufen die einfach auf dich zu Egal was Was mir auf die Ja ich glaube das liegt daran Weil zum Beispiel Wenn ich meine Kugel kaste Dann springen die irgendwie Über die Kugel Oder irgendwie sowas Ich glaube das ist mit deinem Strahl genauso Oh Ich lauf rein man Ich lauf rein Ich geh rein Oh Ich wollte gerade sagen Ich weiß Das ist nur eine bestimmte Anzahl an Abheben Nicht hier Untouchable Ist der tot? Ja jetzt kommen die Mal gegen die kämpfen Ja du kannst du nicht Weglaufen Das warten Dich schlagen lassen Schau mal Rüstung an Ja die halten nicht viel auf Aber die nerven nicht Hm Weißt du warum mich die An Arcade Kugel erinnert An Man in Black Dieses Da ist ein Blauer dazwischen Irgendwie hat der Name Das ist unmöglich Ist nicht eben von irgendwelchen Blauen erzählt Das wird ein Wald Vorher nicht man Ich seh gar nichts Ich bin tot Wo kommen denn die ganzen Roten Feuerdinger her Ich hab einen down Ja Mörser Heißt das Genau Ich hab zweiten down Der dritte der lebt noch Aber Kannst du ja mal zu mir porten Ne Ich würde nicht so Wiederbelebt werden Toll Jetzt hab ich noch einen Normalen geedit Wiederbelebt Wiederbelebt Lauf ich halt Ja Ist direkt hier Ich bring sie dir mit Ja du hast auch noch einen Blauen dabei Der blaue Ja ich hab zwei blaue Getötet Tu mir lade Dass ich noch einen Übrig hatte Den weißen kannst du jetzt töten Der haut doch jetzt ab So So Schön Bam Gelb Bitch Ja ich auch Hackball Ich hab keine Ahnung Ich hab auch noch schön Meine Dings gewechselt Ich hab einen Gürtel gefunden Bah die ist sogar geil Aber die hat zu wenig DPS Meiner Scheiße Meiner Geschicklichkeit Und Vitalität Kälte Widerstand Leben Regeneration Und Kugeln einsammeln Ey meine Hat 1,7% Des verursachten Schadens Werden in Leben umgewandelt Ja ist gut Aber es geht bis 2 hoch Also Die Sachen Die jetzt so Maximum im Moment sind Aber sonst nix oder was Doch Was Was machen die denn da Keine Ahnung Wir kamen gar nicht Also ich kam gut klar Gegen die Viecher Also ich bin ja nicht gestorben Aber Oh das ist aber gut Wenn da noch ein Sockel Drinnen wäre Das einzige fehlt halt DPS Ja Sockel Aber der ist Level 46 Deshalb für das Level wäre es denke ich mal in Ordnung Nur halt der Sockel fehlt dann halt leider Aber kannst du mal probieren zu verkaufen Ich denke das wird schon gut ankommen Ja Und probier mal die Kugel Ah ne Bleib bei ruhig bei deinem Strahl Du machst jetzt viele Gegner kaputt Ich mach der einzelne Pisser So Komm hier raus mein Freund Das Kopf verpisst ja sich schon wieder Warte Ich versuche jetzt mal Was hast du? Akane Kugel mit Mit Power Auslöschung Ah Kannst du ja gerade mal vier Stück casten oder? Ja ja Aber wie gesagt Das ist ja nur dafür so Du castest ja und läufst dabei Deshalb hast du immer wieder Außer dem Markt Kürtet die mit über 10.000 Guck mal So jetzt sind wir da Links ganz viele Gegner Und den Dings hab ich hier geholt Hier den hab ich geholt Eigentlich In dem Spiel davor Weil den wollte ich extra noch holen Deshalb hab ich gesagt Warte noch Ich komm gleich So So Wo müssen wir hin Findet den Außenposten Da ist ein Schrein Ey das ist ein kleiner Das ist scheiße bestimmt hier Ja lauf mein Freund Lauf Ey jetzt ist er in der Sackgasse Wunderbar Die motherfuckern Die Jawohl Ist das gelbes? Ne Ich hab bis jetzt auch noch nichts gelbes Von dem bekommen Nie Ich hab eigentlich gedacht Der wär voll gut so Aber irgendwie Dafür dass du schon quasi Zweimal Achan brauchst Um den überhaupt down zu kriegen Ja gut Wenn den auch so down kriegen Ja aber nicht Bevor der nicht In seinem Portal verschwunden ist Hä Wieso hab ich den jetzt nicht getroffen Weil ich da gerade runtergegangen Ja der kam ja gerade raus Da ist noch Das ist eine schöne Ecke hier Ne Ja Wow Alle Drei Vier Fünf Ich hab keinen Achan Ja ich auch nicht Ja stimmt Wir haben gerade eben Schön immer die Kugeln Und nicht Nicht jetzt nach Nach unten Du musst nach unten laufen Weil wir Jetzt haben wir noch so'n Ich hab gleich wieder Achan Ich versuch einen hier down zu machen Geh mal weg schnell mit denen Ich mach ja den einen down Und dann komm ich zu dir Geh mal schnell weg mit denen Was für Drogen bist du denn So der eine ist Jetzt down Da bist du Da bist du Oh dieses kleine Vieh geht mir auf die Eier Ich habe nicht genug Achan Okay es wäre besser Erstmal auf einen zu gehen Ich komm mal Ich brauche mehr Zeit Ich brauche mehr Zeit Oh gelb Na echt nicht Ich hab am Ende noch schnell gewechselt Ich weiß gar nicht ob das gezählt hat Hose Och Och ist besser als meine F-Meter schießen Ist besser als meine Hose Guck dir das mal an Okay meine vorherige war sehr scheiße Aber Die ist aber echt gut Ja nur die scheiße Zeit Erhöht den Radischum Geld Und dann gucken wir auf zusammen Das geht mir voll auf die Eier Was würdest du machen Was würdest du da rein machen Int oder Witt Ich glaub ich mach Ja ich hab genug HP erstmal Was würdest du sagen Ich würd innen rein machen Ach ich mach eh überall innen rein Müssen wir jetzt nach rechts oder nach links Ich glaub das war links oder Weißt du Wir holen wir es einfach Einzige was ich weiß ist Dass wir gerade mega Schön gekitet haben Mega schön gerund haben Da ist ein gelber Guck mal von dem einen Übel ins nächste Und das ist einer von denen Alter Falter Aber wenn es nur einer oder Keine blauen Nix Da kann ich Hinter dir Da kann ich nicht resten Das geht nicht Tut mir leid Braucht er nicht Aber jetzt Das ist ein Diener von denen Okay das ist scheiße Das ist ein Diener Das heißt sie sind stark Aber ich find's schwer Hier mit der Kugel Ja nur wegen diesen scheiß Viechern Normalerweise ist das voll simpel So ich hab gleich beide Diener down Ich hoffe mal da Was hab ich denn dann hier am Arsch Du hast den gelben Aber du sollst den Bisschen ablenken So ist cool Das einzig praktische an dem ist Solange ich weglaufe Kommt der nicht raus Wie meinst du das Ja der bleibt die ganze Zeit Unterm Boden Ich krieg keinen Schaden Alles gut So Die scheiße Die können auch die Mörser Die kacken Viecher Naja das ist ja das Was mich Sind down Sind down Komm ich Also ich hab hier noch zwei Achso zwei Ich dachte das wär einer Ich hab jetzt den gelben Ne ich hab beide Ich probier mal Aaron Ah die können auch Eis Die haben einen wiederbelebt Ne Ich dachte schon Hätte den wiederbelebt Ey Du kannst aber gut mit dem spielen So wenn du Aaron hast Und so Und wenn du Kites und Rüstung anmachst Weil dann kommt der immer raus Wenn der weiß dass das los ist Dann kommt der raus Macht Eis und verpisst dich wieder Das sind mir die Liebsten Ja 13.000er Crit Ich opfer mich jetzt hier Ja genau So läuft dat Bam Junge Ich bin grad noch gekillt Als der unten war Pisse aber Ohne zu sterben Junge Ja Mhm So läuft das meine Freunde Ich auch nicht Nimmst du überhaupt auf? Ja ja Auch wenn das jetzt irgendwie Nicht so Aber Ich denke gleich Machen wir eine Pause Und wenn der Kim wieder da ist Machen wir weiter Mit der Aufnahme meine ich Mhm Mal gucken hier Ich muss mich reparieren Gleich irgendwann Ja Das wird doch älter passieren Ein Skelett Ein Skelett Hilfe 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 Es ist nur eins Keine Angst man Das kriegen wir schon hin Ich weiß nicht warum ich eben so viel ausgehalten habe Ich stand auch mit meiner Mit meiner Rüstung da drin Und ich meine die hält ja Okay 11.000 ist aber 16.000 Aber was ich nicht verstehe Wieso critest du mit 20 Alter Mit 20? Ja Ich hatte 14.000 hatte ich eben Crit Aber mit der Kugel glaube ich Ja 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 ich critte mit der Kugel so 18 Deswegen habe ich mich gewundert Wie du über 20 kannst 18.000 Ja Das ist doch für weniger Damage tatsächlich Obwohl jetzt Jetzt habe ich Äh Jetzt weiß ich gar nicht Ich habe jetzt 5.400 Weil ich Äh Aber auch nur einmal Davor habe ich auch nur so 14.13 Und so Äh Okay Ja gut Dann lag das am Gegner Hey Hier ist doch was Ach Bäh Nene Das ist doch Da müssen wir mal auf Kim warten So Ich weiß gar nicht Ich weiß überhaupt noch nicht Wo wir hin müssen Kann ich ja auch nicht so Hier ist so irgendwas Da Unsere Freunde 23 What? Gecrittet Wie viel Schaden hast du jetzt? So wie du 5.000 Okay Ach vielleicht hast du irgendwie Achso vielleicht hast du 30% erhöhte Crit oder so Hast du doch auf deinem Schwert oder so drauf Für 38 Ja stimmt Ach wir sind da So das reicht doch erstmal Leute Ich bin auch gleich fast wieder Level up Noch zweieinhalb Kästchen Und äh Ja das reicht ja erstmal jetzt Wie gesagt wir nehmen später mit Kim auf Und ich hoffe ihr hattet Spaß hier Ein bisschen Hölle mit mir und Rob 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 Was sagst du noch am Abschluss? Wie fandst du Hölle? Haben wir uns gut geschlagen? Was sagst du? Wir sind die Besten Auf jeden Fall Also Leute bis dann Ciao ciao So So Vielen Dank.